Ich bin der Karolinger Straße, wir haben zwei ausgestiegen, wir sind durch den Tunnel gefahren und jetzt gehe ich wieder hinter meinem Baumarkt zu meinem Auto und Modusabgang. Kommt das noch da? Normalerweise war ja nichts Schlimmes, da kann ja nichts passieren. Heute ist es wieder schön hier in Salzburg. Ihr könnt schon wieder Skifahren und alles machen.